Hallo lieber Totti, hiermit stelle ich dir eine Ansage. Ich weiß, wir zwei sind gute Freunde, aber am 19.04. ab 15.15 Uhr sind wir 90 Minuten lang keine Freunde mehr, denn dann bist du zu Gast bei uns beim FC Pech, verteidigst deinen Ex-Kasten. Aber Junge, ich warne dich, ich werde dich ausknipsen. Pass auf dich auf, trainier gut, grüß an deine Familie und wir sehen uns.